Steht schon schon unter links. Also zusammenrechnen musst du schon noch selber. Jetzt haben wir genug. Da hinten hat es kein Wägel. Ich bin auch unter ihnen. 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 Sieben. Ja. Aber hier sind sie noch oben. Wo bist du da? Dort hinten hat es Käse. Ich habe die Rebellfahrung gesehen. Ich habe die Rebellfahrung gesehen. Ja, da habe ich gar nicht mehr. Da hat es den ganzen Truppen. Ja. Juna. Was ist das? Nein. Nichts. Ja. Gut. Ich bin wohl am nicht zu sterben. Nichts. 네요. Jetzt machen wir denke mal. Wir gehen. Notes noch ein paar 25 fluidas. Nichts. Ja. Ah ah, noch nicht mehr. Es ist gleich rein gekommen, so ein Sahelhund. Das sind viele, das sind viele. Schön. Wir sind immer noch hier oben. Am oberen Rang. Wir hatten 2 km, glaube ich. Aber ich weiss nicht wo. Ja, da werden schon noch mehr. Ja, aussen nachher... Ah, es war auf dem Dach. Alter, du hast mich verarscht. Manchmal muss er sich noch brechen. K.O. Da ist irgendwann noch einer. Kommt recht runter. Ich glaube auf dem Dach. Ja, ich weiss. Kommen wir noch da. Ja. Taka? Nein, das ist nicht Taka. Wollt ihr noch mal kommen? Oder habt ihr genug? Ja. 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 Gehen wir zum Fluss. Dort sind wir sicher. Seid ihr von den Strohhutroninen? Hä? Ich bin abgehauen, dass ihm langsam die Rationen ausgingen. Fisch nur wurde gefangen. Oben uns. Oben uns. Oben uns. Ja. Ja, wir sind oben drauf. Ah, wow. Einen hat mir... Wow, wichsen. Vier lang. Gang, gang, gang. Gang, wie Gurke. Gang. Wir suchen meinen Bruder. Einen Schmied namens Taka. Ich kenne ihn nicht. Hier kommen viele Gefangene durch. Ihr sagt jetzt, sie verlegen die Sklaven. Wohin? WTF? Und in der letzten Gruppe war ein Schmied. Jung, mit Bart. Aus Yarikawa vielleicht. Ihr habt besser recht. Ich hoffe, ihr findet euren Schmied. Taka lebt. In der Asamo-Bucht. Nice. Wichser. Wichser. Ja, wir geben dem sein Zeug. Ja. Ja. Ah, schon jetzt. Von wo ist das gekommen? Verlassen wir die Insel. Du hast gesehen, was die Mongolen hier tun. Das Shimura kann sie aufhalten. Neeein. 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 Ich weiss, es war nicht leicht. Das Brechen des Kodex. Ich tat, was ich musste. Danke. Du, jetzt hast alles das Geld alles fertig, Rebo. Juuu. Ihr habt etwas besser. Scheiss, Dreck. Also soll der Ort dir erzählen, was passiert. Ja. Das ist so. Nein, Robi stirbt. Verständet nicht meine Zeit. Bitte mich. Ihr glaubt, ihr hättet alles verloren. Aber euer Neffe ist noch am Leben. Mit die Letzte. Sie bauen Feldlager bei euren Dörfern. Sie sehen. Alles am Leben. Sie sehen. Ich bin nicht auf dem Weg. Ich bin nicht auf dem Weg. Herr Sakai wird bis zum letzten Atem zu kämpfen. So wie ich. Wie ihr liebt. Wie ihr auch euer Volk liebt. Sie sind wie ein Vater für sie. Wollt ihr eure Kinder im Stich lassen? Ich mache sie nicht zu euren Sklaven. Was mag ich? Ach. Runden auf dem Weg. Guck mal die Tiere. Guck mal die Tiere zum Aufwenden! Hanne. Drei. Eben. Schuss. Jaja, hab er. Du musst nicht oben bleiben, Uzzel, du musst runter und eine Waffe alles abknallen. Und dann stirbst du, so gehts mir auch. Oh nein, dann kommt der Sniper von hinten. Gibt's nicht. Die Baustellen sind ein Sniper. Okay. 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 Oh, mehr rum! Ja, mehr rum! Hier kommt einer hinterher raus. Schön! Hast du jetzt auf mich geschossen? Da hinten ist einer. Hier oben ist einer. Au, darf er wo? Nein, das gibt es ja nicht! Oh Gott! Ja, ich will wieder den Appen. Ah! Jetzt kostet sie uns. Ich habe genug, ich habe genug. Schau für dich. Sie kommen jetzt. Ja, sie kommen. Ja, das ist ja nicht. Das ist ja nicht. Nein! Offenlich verrecken sie im Gas, aber auch nicht. Hast du schon geägnet? Ja, überall. Ah, was? Die Waffen sind schon gekommen? Aber es landet gerade rein. Was? 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 Das ist der Trupp dort hinten. Wo? Bei den Waffen? Was? 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 Die Gruppe vom Turm hatte es nicht. Was? 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 Und oben haben sie sich verschanzt, diese verdammten Bastarde. Was? Oben im Gängchen. Eben ja, das sind die, die mir vorhin kamen. Was? Sie haben sich so richtig verschanzt. Mit Claymore und allem. Was? 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 Wie? Das musste ich sehen, wo? Dieses Team warst das Team. Ja nein, hör doch auf. 2 Draht, Wallen lassen. Da sind überall Eskimos. Nicht! Doch zu meinen Waffen Hey, das braucht Munition Kommt einer hochzuleitern Links, links Ah ja Sie überfielen unser Haus Die Strasse runter Meine Frau ist dort, mit meinem Sohn Welche Wahl hatte ich denn? Ich bin kein Krieger Die Hure McTun, die hat da überhaupt keinen Schussrat Gibt doch eine Waffe, die Muni hat Kann ich doch deine Waffe holen? Ja, weisst ja Darum muss ich schnell kommen Aha, du hast schnell vollgekommen Ja Er ist nicht hier Er kann nicht hier rein Ah links Wow, da sind noch mehr Da sind noch mehr Ah Ah Ja Ja, ich habe ihn zugefügt Ah nein, ich bin nicht der Freunde Du Turnelein zugefügt Ja Hier ist noch dein PS4 Ja Du kannst noch PS4 restored Du weisst nicht Ah!! AhahahAha Ah! 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 Ha! Ah! Ah! Und da ist eine Haube. Ich habe es nicht so. Ich habe es nicht so. Ich habe es nicht so. Ja, das kommt dann schon, wenn er da reinkommt, oder? Jetzt bin ich wieder weg. Das ist auch schon wieder deine Ferien. Ja, schau mal, wo du Corona hast, ist das auch gegangen. Wo mag ich? Er schnurrt im Fall die ganze Zeit, er ist einfach nicht in den Weißer-Part. Benny, ich höre dich zu Benny. Eine Spur von der Familie, vielleicht draussen. Wäsche, noch feucht. Ein Überraschungsangriff. Was ist das? Was ist das? Und wenn ihr das noch nicht möchtet... ...reist Penny? Hahahaha 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 Ich kann es nicht Ich auch nicht Hahahaha 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 Wow, er hat es alle zusammen gesehen. Seid ihr behindert? Oder was? Ich habe nichts gehört Ah, jetzt... Jetzt habe ich auch etwas gehört EW Hahahaha Hahahaha Ich habe einen Schitter, ein bisschen bewölkt Hahahaha 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 Ich habe einen Schitter, ein bisschen bewölkt Hahahaha 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 Mein Herr, habt ihr sie gefunden? Oben, nein Nein Eure Familie wurde getötet Tut mir leid Warum habt ihr nichts getan? Oder oben drauf Hinten ist weg, man ist schon unterhins Ich floh Wie ein Feindleben Ich sollte auch tot sein Ihr tragt keine Schuld Lasst ihren Tod nicht umsonst sein Lasst ihren Tod nicht umsonst sein Bekämpft die Eindringlinge Helft den Bedürftigen Ja, mein Herr Das ist das Es geht um Da habe ich das Geld gegeben Apa Die Gebäude Ich habe das Geld gegeben Aber jetzt habe ich das Geld gegeben Ich brauche kein Geld mehr genug Ja, wenn ich in die Häusensäcke bin, bin ich tot im Fall. Da sind Gegner. Wo war das? Auf dem Dach? Ja, wow. Wo ist er, Willi? Ich habe ihn. Achso, es hat einer gehabt, ich weiß nicht wer. Ah, wow. Alter. Es ist mich. Nein. Mal schauen, was da oben ist. Einer ist gelandet, da oben. Ich gehe in die Totenstelle. Ah, kommt. Hohne. Hohne. Ja, kommen wir noch.